Okay, und da sind wir wieder zu einer weiteren Runde Stardew Valley. Heute aber mit einem obligatorischen Besuch bei Sandy, die heute Geburtstag hat. Das heißt, heute gehen wir wahrscheinlich nicht auf die Insel. Ich mach das ins Wiedern. Das war jetzt 10 Minuten an. Das war viel länger, aber ich wollte noch grad eine Nachricht vorbereiten. Äh, ja, also nein, machen wir nicht. Warum hab ich 36? Achso, die sind für die Crab Pots, genau. Genau, für die Crab Pots. Nicht zu verwechseln mit den Crab Pots. Koche Füllung. Brot, Haselnuss, Preiselbeere. Warte, das sollte ich vielleicht einmal hier reintun, oder? So, Schlackenscherbe. Ich hab ein bisschen geguckt, was wir machen können mit, von wegen, äh, Ringe technisch. Einringen, sie zu knechten und so. Und generell, wir können auch, äh, die eine Quest vom Zauberer, also wir können die schon triggern. Das heißt, das sollten wir auch tun. Pass auf. Stardew Valley, oh, ja. Ähm, ignorieren wir. Ist komplett useless, oder? Warte. Ich glaube, es ist komplett useless. Für uns jetzt an dem Punkt. Wo ist Firefox? Äh, Stardew Valley Fair. Year 2. Gibt's da irgendwas Neues? Ähm, es gibt wohl eine Rare Crow da. Deluxe Scarecrow. Sieht man anscheinend. Hat ein Doppel... Uh, das ist, das ist geil. Ja. Flower Dance. Ich glaube, das ist die eine, die mir fehlt, oder? Den Schneemann haben wir. Dann fehlt uns das Alien. Spirits Eve. Rare Crow Number 1 müssten wir haben. Ähm. Ähm. Wait. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert. Also ich wusste nicht, dass es eine Deluxe Scarecrow gibt. Aber die müssen wir ja auch craften, glaube ich, für Perfektion, stelle ich fest. Ähm. Pass auf. Ring. Genau. Wir haben noch den Schleimcharmeurring. Den brauchen wir. Und den... Ja, wir haben beide noch. Sehr gut. Okay. Nutzen wir. Nutzen wir. Dann. Huch. Nein, das wollte ich nicht. Hier ist nichts drin. Ähm. Ich weiß nicht mehr, was ich mit den, ähm... Mit den Kürbissen machen wollte. Wir haben bestimmt für irgendwas gut. Vielleicht Polykultur. Gourmetkoch. Okay, wir brauchen drei zum Kochen. Wenn ich das richtig sehe. Für die Kürbislaterne. Wait. Fackel kostet ein Holz und zwei Harz. So, und dann kostet die... Machen wir die Kürbislaterne. Dann ist das nämlich auch schon mal, ähm... Erledigt. Packen wir die einfach mal... Hier hin. Dann. Wir müssen sie nicht mehr liefern. Ganz ehrlich, wir packen die einfach in den Kühlschrank. Und gut, das... Oder hier rein. Was ist an der Verteilung, dass du es tust, dass ich nicht zu Hause bin? Es ist meine reguläre Streamzeit. Also, das ist dein Problem, dass du nicht zu Hause bist. So. Was noch? Das Stardew Valley Festival ist morgen. Ich muss gerade total... Jetzt muss ich mich erstmal reinfinden. Das heißt, wir müssen später zur, 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 ähm... Oase. Wir brauchen auf jeden Fall Void-Mayonnaise für später. Das heißt, das müssen wir auch unbedingt besorgen. Zum Glück haben wir ja Void-Eier. Wie lange braucht die? Drei Stunden. Okay, um zehn ist die also durch. Also beispielsweise, wenn wir von, äh... Von der Geschichte wiederkommen. So, den Trüffel verticken wir gerade, oder? Ne, wir packen ihn hier rein. Ähm, wir gehen mal kurz zu den, zu den Schienen. Ich hoffe, dass wir da die... Quest schon triggern können. Brauchen wir das noch? Gratende Pilze. Man muss alles horten, das nervt. Wir könnten noch eine Upgrade noch holen. Aber ich möchte eigentlich nicht. Spinny hat, äh, äh, natürlich. Äh, Zauber hat natürlich auf mich gewartet. Er wusste, dass ich komme. Bevor ich wusste, dass ich komme. Hab ich niemals erzählt, dass ich mal verheiratet war? Nein. Ja, ähm, das hat nicht so viel gebracht. Sie fliegt so viel, ich weiß trotzdem über die, über die Farm. Also auch wenn, äh, auch wenn, wenn du sie hier eingeschlossen hast. Also das funktioniert anscheinend nicht so gut. Ja, okay, sie hat eine magische Tinte gestorben. Jetzt darf, also du kannst nicht einfach neue magische Tinte besorgen. Du musst diese spezielle Tinte wieder haben. Sprich mit Krobus in der Kaisersation. Die Leute wissen, wo du einen finden kannst. Wieso machst du das nicht? Du kennst Krobus doch auch. Werde ich dich reich... Ähm, ja. Ähm, tatsächlich wird er das potenziell. Weil ich hab mal geguckt, wir können dann die Juni... Da fliegt sie! Das hat ja total viel gebracht hier. Ähm. Die Junimo hat's. Ich hab mir die mal angeguckt. Die hatte in mir im Kopf, dass wenn die Sachen ernten, dass die dann keine Qualität haben. Aber das stimmt gar nicht. Du bekommst halt nur selber keine XP davon. Das heißt, das ist potenziell durchaus worth. Oder zumindest mal einen Teil irgendwie einrichten. Wo wir dann im Prinzip diese Pflanzen einfach nur setzen und dann vergessen können. Eigas? Warte, du bist... Na, fast. Uns gehen da so ein bisschen die Diamanten aus. Gibt's doch nicht. Du bist... Bist die Bauernmann... Ne, Bauernmannset ist gemocht. Irgendwie... Ach ja, der hat ja auch wieder die komplizierten Vorlieben. Heidi, Austria, willkommen zum Stream. So, was haben wir hier? Weißer Tun und Werbeaktion. Tausendstein. Ja gut, das müssen wir unter Umständen tatsächlich sowieso tun. Kennt. Ja, hat leider auch... Hat er auch die... Die haben halt alle, die nur übrig sind, haben halt diese komplizierten Vorlieben alle. So, einmal hier rein. Oh, nein. So. Pass auf. Käferfleisch ist sehr gut. Und davon haben wir nicht mehr so viel. Wir gehen kurz zu den Crabbots. Alter, die Dinger sind halt auch wirklich komplett worthless hier, ne? Miesmuschel. Die Dinger kriegen wir nachgeschmissen. Sage ich jetzt. Und wir kriegen sie wahrscheinlich nicht mehr nachgeschmissen, wenn ich sie einmal brauche. Ne, die pinke Armee-Fraktion hat sich in letzter Zeit ein bisschen zurückgehalten. Mir fällt auf, ich habe etwas Wichtiges vergessen. Einen kurzen Moment bitte. Wisst ihr, ich bin so ein cleverer Dude. Hi, Emily. Ähm, ich bin so ein cleverer Dude. Ich habe mir extra was zu trinken kaltgestellt. Und dann ist nicht aus dem Kühlschrank geholt vor dem Stream. So, Sandy ist bei 10. So, bei der Gelegenheit auch direkt einmal hydrieren. Das ist wichtig bei den Temperaturen im Moment. So, und dann können wir nämlich auch direkt schon wieder nach Hause fahren. Warte, der Dessertrader jetzt irgendwas? Drei Häufe, eine Omnigeode. So ist das hier irgendwie bei Schattengeist-Amulett. So 200 von denen. Äh, ja, ich bin immer noch, ähm, ich bin immer noch, äh, Torn, weil, ähm, Sam oder Krobus. Weil Sam macht wenigstens noch ein bisschen was auf der Farm und hält alles in Schuss und so. Krobus ist mit nichts dergleichen. Aber ich muss mich entscheiden, weil den 1-Star-Drop kriegen wir nur dadurch. So, pass auf, hatten wir nicht noch ein Kristallarium übrig? Zwei sogar, warte. So, wir müssen noch was trinken, Kaffeesucht und so. Ähm, ja, wir haben wieder Sternfruchtsamen. Nicht Sternfruchtsamen, äh, uralte Fruchtsamen. Das heißt, die jagen wir mal durch das Ding durch. Ja, das können wir auch ernten. So, zu Mistakie dürfen wir ja jetzt inzwischen. Okay, uns fehlt nämlich einer von den Tree-Teppern hier. Das hätte ich schon längst fixen können, aber habe ich nie getan. So, Mann. Nein! Ich hasse diesen Wald hier. Ähm, was kann weg? Was brauchen wir nicht? Wir brauchen alles. Das ist das Problem. So, wir wissen ja nicht, wann wir das Eichenharz mal brauchen werden. Vielleicht müssen wir nochmal ganz viele Fässer machen. Wobei ich nicht weiß, funktionieren die Dinger noch im Winter. Ich habe über das nicht mehr im Kopf, ob die noch im Winter funktioniert haben. So, uralte Samen. Die behalten wir für Ginger Island. Ich finde es halt schade, dass wir keinen Junimo hat im Gewächshaus einrichten können. Das wäre eigentlich total gut. Warte, 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 warte. Wir haben einen Platz frei. So, holen wir hier gerade die, äh... Schattenmayonnaise. Die Garnel packen wir weg. Rrrr! 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 Oh, da sind schon wieder Bäume mit meinem Namen drauf. Ach, warte, nee, ich muss gar nicht dahin. Ach, warte, nee, ich muss gar nicht dahin. So, wie viel Shit hier rumliegt. So. Einmal hier rein. Und dann brauchen wir die Schattenmayonnaise. Die kann man, glaube ich, sogar angeln. Ich weiß gerade nicht, wie man das Ingame eigentlich rausfinden soll, dass er Schattenmayonnaise... Das ist ein Schattenmayonnaise-Abel. Er ist jetzt einfach verschwunden. So, da ist die Tinte. Und hier sind die anderen drei Schreine. So, ähm... Komm, jetzt ist auch dieser Teleporter aktiv. Aus irgendeinem Grund konnte der Zauberer den nie vorher benutzen. Na gut, wahrscheinlich muss man ihn einfach von der anderen Seite einmal aktivieren. Das wäre ja clever. Aber dann hätte er das ja die Hexe tun können. Und die Hexe hätte einfach hier reingekonnt. Achso, zufälligerweise hat Ex-Frau gesehen. Nein, zum Glück nicht. Du hast gesagt, sie verflucht alles. Und jeden. Das ist ein Schattenfall. Das ist ein Buch der Beschwerung. Ja. Genau, magische Gebäude. Da sind auch tatsächlich zwei sehr interessante dabei. Also drei sogar, theoretisch. So, am ehesten können wir uns doch das hier leisten. Die Junimo-Hütte. Da müssen wir halt, äh... Schauen. Wo wir die hinpacken. Ich will ja gerade ein Areal haben, wo sie arbeiten. Also ein bisschen, ähm... Junimo-Sklav... Ähm, ich meine, wir... Wir schenken ihnen ein Zuhause. Ja, dann... Erdobelisk... Was... Was soll mir das bringen, wenn ich mich in die Berge teleportieren kann? Da ist doch nichts. Und Wasserobelisk... Genau, sowas... Am Strand ist doch nichts. Aber hier, Wüstenobelisk. Das Gold ist halt das Hauptproblem. Ich glaube, wir wissen... Doch, okay, wir ertragen sie bei uns. Und hier, Drachentähne und Banane. Und dann halt nochmal eine Million. Dann können wir halt auch zur Ingwerinsel. Tatsächlich, vor der Ingwerinsel zurück teleportieren, ist nicht so ein Problem. Weil, äh, das kostet uns nur ein paar Walnüsse, um so ein Totem, äh, zu bauen. Und natürlich hier die goldene Uhr. Der ultimative Flex. Wo dann einfach nichts mehr zerstört wird auf der Farm. Die brauchen wir natürlich auch alle für Perfektion. Also, bis auf die Jonimo-Hütte. Von daher durchaus relevant für mich. So, Bäume fällen. Ich glaube, ich eure Bäume, ganz viele Bäume, man gebe mir das Holz. Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo, ich bin Panda-Herr und hab gerade die Google-Balessa gefunden. Ja, man merkt's. Ähm, ernst gemeinte Frage. Ich werd's sicher nicht bereuen, die, äh, die zu stellen. Akzeptiert Twitch-Set-Winglings? Also die Schriftart. Angesichts meines aktuellen, äh, Projekts, von dem, äh, der YouTube-Kanal leicht bald erfahren wird, äh, ist das durchaus eine wichtige Frage. Es ist also, wenn man fragen, ob der Twitch-Chat Comic-Sense akzeptiert. Na gut, ich glaub, du kannst ja schon zum Teil, ähm, so, äh, solche Fonts auch z.B. in den YouTube-Kommentaren verwenden. Ähm, what? Doch. Ähm, gemischte Sachen. Wir haben hier auch noch Pilze. Also ganz ehrlich, die kommen weg. Ja, Twitch ist dafür, glaub ich, echt ein bisschen zu lame. Wo hab ich denn die, die Samen hingepackt? Also die gemischten. Hier drüben? Bei den Erdbeer-Sachen? Nein. Ach, wir haben ja auch wieder, ähm, Obst. Verröhmm. B-Ein. Vorhin, D-Tiker. Schöpfen. Die Himmel? W-Ein. W-Ein. Ja. D-Tiker. Verrömmel. B-Ein. Donna? Ähm, So, hier kann das Monsterfleisch rein. Oder Käferfleisch. Dann, die beiden Ringe können wir gleich mitnehmen. Die nehmen wir mit. Wir haben Bomben. Das ist gut. Wobei tatsächlich der nach einem Ring halt Gegner, die wir töten, in Kostennot im Prinzip in Bomben verwandelt. Ähm, Vincent müssen wir noch beschenken. Lea und Robin, sind die nicht inzwischen beide? Robin ist auf 9 und Lea müsste auf 8 sein, genau. Also das ist eigentlich auch so gut wie durch. Was haben wir hier? Ach du Scheiße, warum haben wir Eisenerz hier? Ähm, irgendwas, was hier noch relevant ist als Geschenk. Nein, dann packen wir das Regentotem dahin. Ähm, pinke Torte. Hayley, Jazz, Marnie, Vincent. Jazz ist auf 10. Vincent kriegen wir so schon auf 10. Marnie mag Diamanten. Hayley ist da. Also es ist eher noch für Hayley interessant. Und die wir auch fast auf 8 haben. Der Blumenstrauß, äh, ich, nicht ganz ehrlich, ich glaub den kriegt Sam. Warte. So, die kommen auch noch weg, der Ziegenkäse. Und hier beim Eisenerz. Es gibt wohl entsprechende Unicorns für Winglings, aber einige davon werden als Emojis genutzt und andere kann man hinten nicht anzeigen. So, Stern-Taler-Volksfest. Ja. Ja, wir gehen einfach hin. Marnie hat am 18. Das müssen wir auf jeden Fall nutzen. Robin hat am 21. George hat am 24. Und dann ist die Geisternacht. Warte. Wann müssen wir ernten? Ich versuch grad echt, dieses Zeitfenster zu kriegen für, ähm, okay, in drei Tagen. Oh, ich hab garantiert schon wieder eine, ähm, eine Ausgabe hier von Königin der Sohn. Soßen oder so verpasst. Und deswegen hab ich jetzt wahrscheinlich irgendein Kochrezept nicht. Ich werd so schreien, wenn, 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 daran am Ende alles scheitert. So, Rare Crow. Rare Crow. Das ist 8 von 8. Das ist die 2 von 8. Hab ich die 1 von 8 nicht? Ich hab jetzt vorhin die, ich hab die Obstbäume gar nicht geerntet. Das ist die 2 von 6. Also, das ist die 4. Das war einfach eigentlich Unicorn-Zeichen für Wingings machen. Ganz ehrlich, ich fände es irgendwie schon lustig, einfach Wingings zu lernen, einfach nur als Geheimschrift. Ich meine, dies, wenn du weißt, was du vor dir hast, ist es relativ trivial, das zu entschlüsseln, aber es wird trotzdem irgendwie lustig. Es wäre halt in keiner Hinsicht praktikabel, aber... Hier ist noch ein Trüffel. Was wir auch noch tun müssen, habe ich festgestellt, wir müssen Käse reifen lassen. Also wir brauchen natürlich das Upgrade. vom Haus, mit dem Keller. Aber dann können wir, also für Wein ist das nicht so wirklich worth zum Verticken, aber für Käse, den man dann isst, ist das schon nice. So, irgendwas Interessantes. Heu ist halt ein... Ja, gut. Ich habe Wingings gelernt und in der Schule als Spickherr benutzt. Das ist halt auch, äh... Das ist halt auch so ein 200 IQ Move. Weil, ganz ehrlich, also ein Lehrer, der nicht weiß, dass er vor sich hat, kann nicht behaupten, dass das ein Spickzettel ist. Ich meine, wenn du das Ding zu offensichtlich im, äh... in der Klausel benutzt, wird wahrscheinlich dir trotzdem ein Enttäuschungsversuch unterstellt und, äh... Kannst du... Na, also ist dann halt so. Aber nichtsdestotrotz... Oh, ich hätte natürlich jetzt die Sachen mitnehmen können. Ähm... So, Sammler-Fogel-Scheuche. Bits null davon. Ich habe sie nicht gekauft. Okay, das ist echt ein Verbrechen. Ähm... Wo konnte man denn... Warte... Das Angel-Mini-Spiel war doch, ähm... Relativ lukrativ. Spielt der Angelskill hier eigentlich eine Rolle? Ich meine, klar, die Leiste ist größer, aber... Hilft das in dem Fall? Ich meine, ich weiß nicht, ob es perfekt, äh... zu fangen einen Bonus gibt. Wenn ja, im 8 ist das natürlich einfacher. Ig Was ist denn das? Okay. Einen guten Fake-Spickzettel, aber wenn es als Täuschungsversuch gewertet wird, ist es egal, ob es ein Fake ist oder nicht. Das ist halt das Problem. Das ist halt das Problem. Warte, ich weiß aber gerade nicht auswendig, ob es grün oder orange war, worauf man wetten musste. Also einfach nochmal angeln. Kein Gambling-Promoten hier. Konfeinsucht, Bomben, Sklaverei, Kolonialismus, ja, aber kein Dirk-Spiel. Na, es nervt wirklich, wenn ich es wegdrücken will und er dann die Angel direkt wieder auswirft. Ich meine, es ist nett gemeint, aber so verhält sich das Spiel sonst nicht. Das ist nicht schön, Einen zum Beispiel. Also ist es sinnvoll, so ist es ein bisschen, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen. Ich finde, es ist ein bisschen, nimm und ich es nicht. Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen, ich schmerzen. Superior Musik und ich bin ein bisschen, ich habe. Ich bin ein bisschen, wenn ich im Sitz ab jetzt 4.0 에 Ich habe nur viel Spaß gemacht. Ich habe nur, dass ich mir das Video gemacht, in zahen, was ich habe. Ich habe nichts von dir. Das war's für heute. Ah, den letzten lässt er mich wenigstens noch zu Ende fangen. Wie nett. So, wir haben keinen Cent ausgegeben. Doch, wir haben 100 Gold ausgegeben. Das ist ein Schnäppchen. Ich glaube, wir hatten ja so ein Pech. Ich erinnere mich, wir hatten so ein Pech mit dem mit dem mit dem Glücksrad. Ich glaube, das war der Grund. Na, jetzt. Ja, jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, das heißt, morgen einmal auf die Ingwerinsel. Wir kombinieren die Ringe. Ich weiß nicht, ob die Sternfrüchte nicht so langsam schon erntereif sein sollten. Wo wir auch mal verstärkt wieder rein investieren müssen. Ich hab das Gelee gar nicht vertickt. Aber wir haben ja E300.000 auf der hohen Kante. So. Ähm, ja, warte. Wir nehmen mal für Leo Entenfedern mit. So, was haben wir gesagt, was wir noch leicht loswerden? Wir können einmal mit... Wir brauchen nur einen Ziegenkäse, wenn Robin den nächsten Geburtstag hat. Dann kriegt Hayley den Kuchen. Ja, ne Glücksspülsucht wäre fatal. Vor allem, weil ich es nicht bezahlt bekommen habe, wie andere Streamer. Violetter... Warte, Violetter Pilz. Haben wir noch welchen? Für einen Taco. Ich weiß doch nicht, warum du so ein Ding für einen Taco haben willst. Aber okay. Haben wir noch so einen? Ich glaube leider nicht, ne? Das ist halt das Ding, wenn man nicht alles hordet. Aber das Spiel will nicht, dass man alles hordet. Also es will, dass man alles hordet. Aber es gibt einem nicht die Mittel dazu. So, sehr gut. Die Pilze habe ich selber vertickt. Weil sie für nichts ja gebraucht wurden. So, sorry Kent, ich habe leider heute keinen Pilz für dich. Aber ich kann ja trotzdem mal mit ihm reden. Brombeer Pastete. Habe ich Brombeeren? Halt dich einfach mal. Du kannst ein Pferd nutzen. Ich habe ja sogar ein Pferd. Du hast dir ja sogar recht. Man müsste halt auch mal dran denken, es zu benutzen. So, Hayley. Emily ist auf... Ja, die ist auf 8. Aber ich hätte ja gar nicht vor, hier groß rumzulaufen, weil ich ja heute... Vincent, Moment. So, du magst Weintrauben. Uh! Das ist grandios. Ja, 10 von 10. Achievement get. So, wir müssen noch zwei liefern für Polykultur. Ansonsten brauchen wir das nur für... Für, 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 für Dings. Äh, Jodie. Du magst Diamanten, so wie irgendwie... Alle Frauen hier. Und generell gut, Gas mag es auch. So, Sam. Sollen wir committen auf Sam? Wir committen auf Sam. Wusste nicht, dass du auch so empfindest. So. Kaktus... So. Hier ist, äh... Eine Kaktusfrucht. Und jetzt verlasse ich dein Bett. Stimmt, wir müssen dann wahrscheinlich auch noch im Laufe dieses Streams eine Hochzeit einplanen. Das passt mir ja eigentlich so gar nicht in meine, meine Pläne für Ginger Island. So. So. Noch ein Grabenkuchen und sechs Graben haben wir. So, pass auf. Können wir es schon in den, in den See zurückpacken? Jede Jahreszeit Minen Level 100. Ähm... Warte, wo kommen wir denn hin? I'm confused. Wenn ein Flusskrebs macht Sinn, dass wir den im Fluss kriegen, aber... Ich, ich... Das ist nicht... Ich sei nicht so geil gelöst. Aber ... So. Einmal kurz zu Leo. Dann zur schmiede... Great, wir können hier Walbe fällen. Ich weiß nicht, ob die von selber nachwachsen. Ich hoffe es. Aber vielleicht versteckt sich darin ja auch noch mal eine goldene Walnuss. Artholz! Sag ich dich nein zu? Da ist noch mehr Ingwer. Das sieht halt einfach aus, als würde der leben. Tagebuch fetzen. Moment. Am Strand. Moment, wo ist Leo? Das ist nicht zeiteffizient, was ich jetzt mache. Hallo, Leo. So, Sommer 26 hat er Geburtstag. Ich liebe es. Ich werde es an mein Nest legen. Ich bin heute sch... Ja, kennen wir doch. Kennen wir doch, Alter, das Problem, Leo. Zeit, die Ringe zu knechten. Ist eigentlich egal, wer ich mit welchem Typen kombiniere. Kombinierte Ringe. Da nehmen wir nämlich keinen Schaden mehr von Slimes. So, und wir könnten einen Versuch wagen, was zu enchanten. Was haben wir bekommen? Rasur. Ähm, ja. Welches war das? War es das richtige? Moment. Ich habe die Seite noch offen. Oder auch nicht. Habe ich es nicht offen? Warum habe ich es nicht offen? Watch, da. So. Shaving. Ja, das ist genau das, was ich haben wollte. Es gibt nämlich extra Holz für jeden Baum, den wir fällen. So, ich glaube, wir müssen den sauren Apfel beißen und, äh, eine von den Passagen hier öffnen. Ich weiß gerade nicht, was wir hier mit den Knochen machen können. Oh, alles gefangen. Oh, wie viele Omnigioden liegen hier denn? Oh, wie viele Omnigioden liegen hier denn? Ähm. Wir können es nicht zerstören. So, pass auf. Was man mit Gewalt nicht alles tun kann. Ach, er war hier eingeschlossen. Seit Monaten in dieser Höhle. Sie ist aber aus, als hätte es so Sonnenbrand. So, genau. Ihm können wir jetzt die, äh, diese Dinger bringen. Ist hier irgendwas Interessantes drin? Hey, ein Pilz für, für, für Dings. Für Kent. Warte, 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 warte. Wir machen Platz, okay? Wir, wir, ähm, wir müssen Platz schaffen. Der Günther der Insel, ja. Das stimmt. Es ist halt 1 zu 1, nur halt winzig. Ich glaube, hier gibt es irgendwie drei Tiere, die man zusammenbauen muss. Ich bin im Knochen... Knochen... Das kann man auch sehr falsch verstehen. Umfizierte Exemplare. Einen umfizierten Frosch hatte ich doch. Einen umfizierten Frosch. Ich glaube, die Fledermaus hatte ich nicht sogar auch schon. Ich glaube, da... Einen Teil von den Sachen haben wir, glaube ich, sogar schon. Die Anzahl der lila Blumen, seid ihr high? Ich fange doch jetzt nicht an, die Dinger zu zählen. Vor allem, wenn ich nicht weiß, was alles zählt. Ja, wir sind high. Das war jetzt keine Statusabfrage. Ja, komm, wir haben solche Mengen an Hartz. Wait. So, aber die ganzen Knochen, die ich hier finde, haben, glaube ich, nichts damit wirklich doch. Hier, versteinertes Bein. Okay, es ist sogar, äh, direkt in den, in den Slot gegangen. Wahrscheinlich kommt morgen da die Quest, ähm, ja, bitte, sammel 100 Knochenfragmente. Und dann, äh, kann ich hier nicht mehr drauf zurückgreifen. Wir drehen. Einen Moment. Wow, warte. Wie viele von den... Okay. Wie viele von den Dingern habe ich... Habe ich jetzt bitte gehabt? Ähm, so. Einmal trinken. Trinken ist wichtig, Leute. Und kann man bei diesen Temperaturen auch nicht genug. Alkohol. Das ist wahr, dass ich dir creative... Ich, äh, ich mache da, Leute, keine Vorschriften. Was haben wir hier? Sternfruchtsaat und Tarotknollen. Warte, haben wir noch welche? Ja. Falls wir mit denen mal irgendwas anfangen wollen. So, ich erinnere mich, dass einer der Tagebucheinträge... ...die wir vorhin gefunden haben. Hier. Hier irgendwo ist was versteckt. Und zwar unter Sammlungen. Zwei Bäume. So eine Dreierkonstellation. Ist das hier? Das muss doch hier sein. Kann ich nicht auch einfach so machen? Oder soll der Clou mich nur darauf hinweisen, dass hier die, äh... Hier... Nee, das ist nicht der Ort, oder? Hier oben. Ist das jetzt korrekt? Habe ich das jetzt gelöst? Anscheinend. Ich glaube, es ist auch nicht speziell auf einem der Tiles gewesen, sondern einfach, äh... ...mehr oder weniger random. So, pass auf. Monster explodieren ja jetzt, wenn ich, äh... ...er ist die Töte, ne? Die Slimes fügen mir keinen Schaden mehr zu. Okay, hier sieht man jetzt nichts. Also man sieht das explodieren, aber es macht keinen Sound. Wo sind die goldenen Walnüsse gut? Ähm, die sammelst du und die kannst du bei den, hier bei den, äh... ...bei denen hier... ...bei den Part of Agaien eintauschen. Dafür erfüllst du die Insel aufwerten, dass du neue Bereiche freischaltest und so. Oder auch zum Beispiel hier die... ...dass du die eine Hütte reparieren kannst. Okay, das ist jetzt Schnellreise. So, am 22. müssten die Sternfrüchte fertig wachsen. Bis dahin sollten wir auch noch mal mehr geholt haben. Können wir noch zu Kent? Kent, ich hab hier Pilze mit deinem Namen drauf. So, morgen hat Marnie Geburtstag. Aber das ist ja eigentlich kein Hinderungsgrund für die Insel. Nur ich seh grad nicht, was wir dort tun können, groß. Aber doch morgen ist, glaub ich, äh... ... auch Erntetag, ne? Da, Kent! Er geht noch eine rauchen. Wait. So, weil das gibt ja auch noch mal, äh... ...Freundschaft mit ihm. Und den können wir dem Zauberer bringen, wenn wir jetzt schnell genug sind. Der hat ja Iridium-Qualität. Das heißt, der dürfte gut Punkte geben. Willy fährt auch zu jeder Tagesnacht. Er ist halt... Äh, er ist halt Fischer, also... Er ist da flexibel. Er ist halt... Er ist halt... Untertitelung des ZDF, 2020 So, hier Artholz Pass auf Da lassen wir mal die Slots für belegt Aber Knochen Takoknochen, äh, Knollen, wie viele brauchen wir von denen noch? Wir haben die Samen nicht gepflanzt Warum sagt denen keiner was, dass wir die Samen pflanzen? Extra mitgenommen Okay, dann haben wir einen Grund mehr Morgen nochmal zu Ingwerinsel zu fahren Jeder hat einen richtigen Namen außer der Zauberer Ja, das ist so ein Ding Ich weiß nicht, ich glaube, Stardew Valley Expanded Äh, ich weiß nicht Ob sie es ändern oder ob sie Oder ob der Typ, der darüber geschrieben hat Sich gewöhnt hätte, dass sie das geändert hätten Weil er hat ja ein Er wird ja zumindest, glaube ich, sein Seine Initialen Werden ja zumindest enthüllt Und ich glaube, aus Emras-Modius Haben dann einige Leute einfach dann Magnus gemacht, weil das Passt halt als Name eigentlich voll gut zu ihm So, pass auf Hayley und Linus Habe ich nicht sogar beide auf Auf ihrem höchsten Punkt? Nee, Hayley noch nicht Stimmt Aber mochte Hayley nicht relativ flexibel? Was heißt relativ flexibel? Mochte sie nicht noch was anderes? Kokos? Nee, Kokosnuss So, die Kaktusfrüchte sind für Sam Der Ziegenkäse ist für Robin Die sind für Vincent Leo Universal Harvey Rasmudius Das ist aber dein Nachname Gäste sind sehr glücklich Fischeintopf Markirolle Eintrag, Eintrag, Eintrag Okay, pass auf Damit der Slot mal noch geblockt bleibt Nehmen wir nochmal einen Diamanten da raus So, die sieht jetzt hier aus Sieben Stunden Eintrag Stimmt, das ist Eintrag Warte, 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 warte Stomp Wo ist das gute Frühstück Mit den plus drei Hofarbeit Sind die Jahre endlos oder geht es noch bis zu bestimmten Jahreszeiten? Nee, die Jahre gehen im Zyklus durch Wir sind jetzt gerade mitten im Herbst Jede Jahreszeit hat 28 Tage Das heißt, jedes Jahr hat 112 Tage Und es gibt ein softes Zeitlimit von zwei Jahren Wobei das halt eigentlich nur für den, äh Also es bedeutet eigentlich nichts Es betrifft auch eigentlich nur den Teil Den Hauptteil, bevor das Spiel erweitert wurde mit 1,5 Mit, äh Community Center Man kann alles innerhalb dieser zwei Jahre schaffen Aber dafür muss man halt, finde ich, auch, äh Also was heißt Also ich finde, es ist nicht mal unbedingt extrem Also dafür machen die Leute mit genug, äh Einschränkungen auch Aber man muss halt schon einigermaßen durchgeplant haben Und auf der anderen Seite muss man sich ja trotzdem an die Umstände anfassen können Wenn dann Das, äh, so zum Beispiel Hier die Glückvorhersage sagt Heute ist kein guter Tag für die Mine Dann muss man halt trotzdem irgendwie was anderes machen Aber du kannst dieses Spiel halt wirklich in deinem eigenen Tempo spielen Und ich finde, das ist halt auch so ein bisschen das Ding Du kannst es durch optimieren bis zum geht nicht mehr Also Blade bringt das ja wirklich zu einem lächerlichen Ausmaß mit seinen, äh, Speedruns Aber du kannst es halt auch wirklich einfach total entspannt angehen Und ich mache halt hier so ein praktisches Mittelding Weil ich halt, weil ich halt Ahnung vom Spiel schon habe Einfach auch, äh, Erfahrungen und Sachen, die ich halt aufgeschnappt habe Über die ganzen Sachen Aber ich habe halt nicht das komplette Wiki im Kopf Und jede Synergie Gerade mit den, mit den Update-Sachen, die ich halt beim ersten Run damals gar nicht, äh Ich damals gar nicht, äh, erlebt habe Zwei Jahre für Perfektion sind Stress Ja, das glaube ich Also Generell, ich finde, also ich finde Perfektion ist auch ein bisschen zu viel, äh, Checkliste abarbeiten Also das, äh, davor kraut es mir noch ein bisschen Wenn ich dann die ganzen, äh, Sammlungen durchgehen muss Hier mit Crafting und so Und dann gucken muss, was davon ich irgendwann mal im Laufe des Spiels schon gecraftet habe Und wofür ich dann jetzt extra nochmal die Materialien zusammensuchen muss Vor allem, wenn es Materialien sind, die halt du halt sonst immer weggeschmissen hast Weil sie halt keinen anderen Zweck hatten Außer, dass du sie jetzt einmal brauchst zu craften Deswegen habe ich mir auch diese Mod jetzt, äh, vor einer Weile geholt Dass ich noch ein paar Inventar-Upgrades mehr nehmen kann Die zwar sündhaft teuer sind, aber Also ich finde, das ist nicht Game-Breaking dadurch Weil einfach Ich habe eine Reihe mehr, das hat mich 50.000 gekostet Und jetzt die nächste würde mich auch wieder meine ganzen Ersparnisse kosten Also es wirft mich insofern ja schon zurück Aber ich fand jetzt gerade halt im Stream das immer nervig ständig Mit dem Mentar-Manager zu müssen So, gleich müssen wir jetzt mal Marnie ausfindig machen Alles an Obelisken Ja, die sind gut Die sind halt auch eigentlich wirklich dafür, für die Leute gemacht Die halt Das mit dem Geld Einfach durchoptimiert haben Und da, äh, eigentlich nichts damit anzufangen wussten Da, dementsprechend ist ja auch gerade die goldene Uhr bepreist Also Das Spiel hatte halt echt ein Problem mit, äh, mit Endgame-Items So, dass es nichts gab, was du mit dem Geld am Ende machen konntest Okay, das kann ich noch eine Weile liegen lassen Aber ich weiß auch noch nicht, wie ich auf die Millionenbeträge kommen soll Also außer wenn ich jetzt wirklich, äh, Sternenfrucht und uralte Frucht Monokultur auf Ginger Island einrechte So, Marnie So, Marnie So, Marnie Ist ja jetzt irgendwie lustig, wenn, wenn Jazz Nach dieser Szene die ganze, halt mit diesen Hausschuhen zumindest Im Haus rumlaufen würde, aber das wäre, äh Also das dürfte sie einfach, also Hausschuhe, ne, drin Kommt da im Winter auch Schnee? Also, ja, Schnee schon, aber Du musst jetzt nicht irgendwie Schnee schieben Ach, und jetzt haben wir auch noch Eine Szene von Jazz Total random Warte, ne, das ist keine Szene von Jazz Das ist auch noch eine Szene von Shane Genau, jetzt gibt's die blauen Hühner Warum, warum hast du das Schild im Stall? Willst du es nicht außerhalb vom Stall haben? Bis zum nächsten Mal Und die letzten Monate. Also ich glaube, einen neuen Farbschlag zu züchten, dauert ein bisschen länger. Okay, jetzt ist Shane dran mit Mikrowelle anstarren. So, ich bin jetzt fast auf 10. Auf zur Ingwerinsel. Shane-Logik hängt Schilder auf, die man sehen kann außer der Spieler. Ach, hier ist ja auch noch ein Christianarium. Okay, das hatte ich schon ganz vergessen. So, du hast... Okay, dein Geburtstag steht nicht an. Das heißt, du kriegst hier wieder einen Diamanten und dann... ...Okay, dein Geburtstag auf? Ja, dein Geburtstag? Nein, danke. So, ich habe jetzt noch ein paar Mal. Jetzt will ich dich noch nenne, das ist jeder. Ich bin jetzt nicht der Name. Ich bin jetzt inought, das ist nicht der Gefahr. Das ist das, ich bin genau. Ich bin jetzt hier. wie viele omni-gioden so und dann haben wir hier die sondern würde ich sagen macht es ja sinn zu sagen einmal durchs volcano dungeon ich weiß jetzt gerade nicht wo ich noch groß noch mehr von den von den dingern herkriegen soll gerade die artefaktspots auf der insel sollten wir aber durchaus immer aufmachen weil die durchaus gut sind versteinerte rippen wir hätten den frosch noch mitnehmen können wir hatten noch ein frosch in dem irgendwie in der kiste so was haben wir hier nein violette blumen ganz echt die sachen gucke ich nach die ich zähle die nicht gar nichts mache ich für den voll ekelhaft und noch eine goldene walnuss also wir kriegen sogar doch noch ein bisschen was davon dass wir hier einfach zerstören wenn du zählst und noch zwei walnuss verstehe ja aber wie komme ich daran das war alles mein problem also ich glaube ein paar kriegst du ja nur mit der schleuder aber ich habe noch nicht rausgefunden wie also was ich da da machen soll wir können vielleicht gleich nochmal hingucken und 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 Warte, ich habe den würzigen Aal gar nicht gegessen, oder? Ne. Das wollte ich vielleicht mal tun. Wer mich dafür jetzt hier in den letzten 10 Minuten. Du meinst die letzten 1,5 Star- Steady-Ready, sondern Outer Wild Speed Runs. So, mehr Schlackenscherben für den Schlackenscherben-Gott. Ananas-Samen. Jetzt gibt es noch ein paar Früchte, die wir noch hier pflanzen müssen. Wir müssen auch noch unser Schwert upgraden. Dann machst du deinen ersten Outer Wild Speed, und wie lange wird das dauern? Ich glaube nicht, dass ich irgendein Spiel Speed Run werde, weil ich dafür nicht die Mentalität habe. Mein Inventar ist einfach jetzt schon wieder voll. Wie kann das sein? Ich hatte extra Slots frei, dann wirst du mit Shit zugemüllt, und dann ist auf einmal alles schrecklich und alles voll. Aber es ist schon nice, wenn du jetzt einfach praktisch nebenbei die Steine kriegst, dafür, dass du Gegner tötest. Jeder playthrough ist ein Speed Run, aber nicht jeder kommt für einen Rekord in Frage. Das ist... Ja, also ich finde, unter normalen Umständen würdest du, aber wenn du es nicht versuchst, auch nicht an der Linie kommen. Und das ist halt so, als würdest du sagen, jeder Marsch ist ein Marathon. Dann sammeln wir nicht jeden Müll an, Kappa. Aber das Spiel verlangt, dass ich da mit dem Müll irgendwas mache im Laufe des Spiels. Also ich habe keine Wahl. Ähm, wo soll ich hier lang? Verdammt. Ich glaube, bis zum Gipfel schaffen wir es nicht. Da ist der Rekord von Star Valley Perfektion. In-Game-Zeit oder, oder, ähm, oder Dings. Weil ich glaube, Echtzeit hat es tatsächlich jemand mal unter 24 Stunden geschafft. Ich glaube, das war sogar halt, äh, recht signifikant, dass das jemand geschafft hat. Äh, zu Obsidian wird sie nicht, aber du kannst, äh, aber es entsteht ein Part, auf dem du laufen kannst. Äh, zu Obsidian wird sie nicht. Was haben wir hier? Abkürzung zum Ausgang. Ja, komm, machen wir. Ich glaube, der Weg führt nicht zurück, oder? Also, wir können den nicht, äh... Nee, das ist nur ein Ausgang. Aber es ist okay. So, das Zelt. Du hast gesagt, ja, hier die zwei. Aber wie komme ich da hin? Nee, du musst, äh, es gibt's, glaube ich, auch nicht als Speedrun-Kategorie. Du musst es aber auf YouTube, das hat jemand mal gemacht. Wie soll ich da oben hinkommen? Also, das sehe ich gerade nicht. Außer, da wartet auch hier oben, ne? Oh, das ist fies. Da war noch Ingwer, aber es ist okay. So, warte. Wein ist durch. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Das kann weg Kater, das packe ich zum Dings So, wir nehmen den Wein Wir werden morgen in Geld schwimmen Achso, ein paar waren noch Von anderen Dingern stimmt Weil wir nicht genug Reisebären hatten So, das wird jetzt aber ein Rennen gegen die Zeit So, das ist ein Rennen Glücksvogel, Scheuche und Teleporttote im Wüster Warte, das Teleporttote können wir gerade herstellen Iridium Erz Hatte ich nicht gerade noch in der Hand Dann halt nicht Ein Sturm nähert sich Morgen wird es den ganzen Tag auf der Okay, morgen müssen wir auf die Auf die Lingverinsel Das ist wichtig Dann können wir dann vielleicht das, äh, dieses Gembird-Puzzle da vielleicht lösen Rabarberkuchen Bohneneintopf Okay, meine Batterie für Pam Bohneneintopf ist ganz schön gesund Ja, wenn nur maximale Energie irgendwie ein Problem wäre So, das war alles Das bringen wir gleich Pam Aber sonst gibt es, glaube ich, nichts, was wir gerade unmittelbar hier tun können War da gerade ein Ammon-Astimmung auf dem Fettenseer Was? Also du kannst dir ja den, äh, den Zeitstempel merken Das müsste so ungefähr dann bei 1,30 sein, wenn der Wort hochgeladen ist Dann kannst du es ja gerne überprüfen Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da keine Ammon-Astfigur auf dem Fernseher war 60% ist einfach auch so ein Witz So, pass auf, wir machen mal noch ein paar zusätzliche Sprinkler Einfach, weil wir es können Creative, du bist einfach der Typ, äh Du bist einfach der Typ aus dem Jules-Video Was sehen sie auf diesem Bild? Ammos Oh, nein Ich will nicht den, den Blumen, den, ach Jetzt echt, bevor der mir jetzt das Inventar zumüllt So, komm, Iridium lohnt sich vielleicht den Inventar-Slot dafür zu blocken So, tschüss Pam kommt uns ja gleich entgegen Dann können wir uns vielleicht für heute zu, ja, wir machen es für uns heute zum Ziel, dass wir den Hof freikriegen auf der, auf der Ingwerinsel Oder wie sieht es hier mit Ernte aus? In vier Tagen Okay Sind wir noch weit von entfernt Dann am Sonntag ist ja der Geburtstag von Robin Pam, ich warte auf dich Da ich keine Lust auf Stromschläge habe, nehme ich das mal zurück, da war natürlich keine Among Us-Figur Genau, das ist, das ist wichtig Warte, ganz echt Wobei ich muss sowieso auf Pam warten Ich hole kurz vier Iridiumärz im Moment Dann craften wir das eine Totem, weil das müssen wir eh für Perfektion einmal gemacht haben Ach, warte, jetzt müssen wir das auch noch regeln So Teleporttot im Wüste In 20 Minuten, okay Okay, dann nutze ich die Gelegenheit mal kurz Ach, das war eine Frage, der wird noch von dem Wein besoffen bestimmt Wäre ja kein guter Wein, wenn nicht Na, du hast du in den 곳, dich, ich halte los, du hast dich Und Gut! Dann habe ich zwei Platz, ich halte Leute, du hast dich ?! Ich habe ja in die Fenster Vielleicht kann man Engineering Lisa. Ich hab johi Ich habe ihn mit Alkoholfreier Wein. Daurige ist, das wird sich wahrscheinlich auch sowieso nicht verkaufen. So, Pam. So, dann holen wir mal gerade hier ein paar von den Artefaktdingern. Die kann Clint dann auch später aufmachen. So, Kokosnestes brauchen wir noch später als Baumaterial, von daher nehmen wir mit. Boah, guckt euch diesen Preis an. Boah, komm, wir holen direkt 500. Sandy ist einfach unsere Dealerin. Dann, Stadt. Clint! Stimmt, es ist Freitag und wenn das Community Center fertig ist, ist er freitags nicht arbeiten, sondern hängt im Community Center rum. Einer der wenigen Nachteile, wenn man das Community Center macht. Und das sind die Bilder und sich nicht anzug. Seitdem ist die Erkrankung. Dann schießt er. Dann schießt er. Oder goes? Oder? 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 Habe ich ihn gestern schon beschenkt? Ja, ich habe Leo schon zwei Mal beschenkt. Aber ich habe noch nicht mit ihm geredet heute. So, das wird erst bis im Winter soweit sein. So, hier drüben machen wir einfach, äh, machen wir das mit den, mit den, mit den uralten Früchten. Dafür müssen wir natürlich auch ein bisschen Platz schaffen. So, hier drüben. Ich glaube, wir kommen gleich in eine Situation, wo eine Ender-Chest geil wäre. So etwas Ähnliches gibt es, aber das ist super Late-Game und es ist, glaube ich, nicht halb so gut wie eine Ender-Chest in Minecraft, leider. Ich bin mal eben für zwei Outer Wild Speed Runs weg eine Runde Koks. Willst du, dass ich gebannt werde? Ender-Chest, du meinst du Schulker-Chest? Ne, ich mein schon Ender-Chest. Meine Schulker-Boxen wären auch hilfreich, not gonna lie, aber warum solltest du dafür gebannt werden? Wenn es so wirkt, als würde ich mit Drogenkonsum befürworten. Ich glaube, wir werden einige hier von den Dingern auch jetzt gleich erstmal nutzen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es eh ewig dauern wird, bis die Ancient Fruits so weit sein werden. Ich glaube, wir werden es nicht schaffen, dass wir das Farmhaus repariert kriegen. Was ist das für ein Drogenkonsum? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, ja, das verlorene Bundle. Das ist ja auch noch eine Sache. Achso, ich habe jetzt das Gelee verkauft. Das ist ja auch noch eine Sache. So, in irgendeinem Wintertag werden wir wahrscheinlich die ganzen Erdbeeren durchgehen müssen. So, wir müssen auf jeden Fall noch vorher zu Clint. Wir müssen zu Clint und müssen noch was regeln. Hab ich nicht gerade noch was erwähnt? Oh, heute kommen wir zeittechnisch auch total gut durch, finde ich. Clint, mach auf. Ich brauche deine Dienste. Du wirst echt Feuer im Haus brennen. Ach, das ist kein Thema. Du musst mal in Marnies Haus sehen. Die hat einfach Heu direkt vor ihrem Kamin. Und das blockiert den einzigen Zugang zum Zimmer von Jazz. Also, ja. Ich bin da nicht... Ich glaube, irgendwie... Wie sagt man, das Schicksal beschützt Narren... Beziehungsweise in dem Fall beschützt das Schicksal sogar Narren und kleine Kinder. Aber nicht Schiffe mit dem Namen Enterprise leider. Also, für den Headtrick hat das nicht gereicht. Clint! Deswegen will ich nicht die Tür aufzubrechen. 10, 15... Wir brauchen ein paar Schlackenscherben mehr, aber wir können... Wenn wir drei Rubine haben, können wir das Schwert upgraden. Uh, Mangosprösslinge. Direkt das sauberer Ort abert 28 Tage. Das heißt, das müssen wir mit Leuten ja auch heute erledigen. Goldener Helm ist einfach die Hälfte einer goldenen Kokoschnuss. Okay. So, Geode aufbrechen. Ich behalte mal... Alles klar, frismatische Scherbe. Ich behalte mal eine übrig. Ernsthaft? Ja, die lässt sich verticken, aber... Das ist einfach alles nicht gut. Das ist einfach alles nicht gut. Das ist einfach alles nicht gut. So, pass auf. Hier... Und der Lehm rein. Ähm... Ich wollte Rubine mitnehmen. Und dann müssen wir jetzt uns auf die Suche nach... Äh... Das kommt weg. Das kommt weg. Du kommst weg. Irgendwo hier muss... Müssen Vögel sein. Kann hier nicht gepflanzt werden? Was ist denn erforderlich? Hier kann aber gepflanzt werden. Hier könnte man auch noch ein bisschen Platz machen. Und wir können uns ja auch noch Tipps holen von dem einen Papagei, wo noch, äh... Welche von den... Von den... Goldenen Walnüssen sind. Aber wo ist jetzt Burp? Burp? Hallo? Ähm... Okay, es ist aber wahrscheinlich immer nur einer. Wenn ich das richtig verstehe. Das wäre kacke, weil... Die Erwartung wird ja wohl nicht sein, dass, äh... Du jedes Mal, wenn es regnet... Was ja hier auf der Insel nicht so häufig zu sein scheint... Darauf hoffst, dass, äh... Der Vogel in der richtigen... Im richtigen Ort ist. Ich meine, du brauchst, glaube ich, theoretisch sogar nur... Ja, gut, du kannst es, glaube ich, so oder so mit ausprobieren lösen. Aber das kann ja eigentlich auch nicht die Idee sein. Warum bin ich jetzt den Umweg gelaufen? Verdammt. War ein 9-G-Ticket. Ja. True. Ähm... Norden, Ride und Up von der, äh... Von die Islander Trader. Der ist ja... Islander Trader müsste ja hier in der Nische sein. Also hier wäre er. Und jetzt, äh... Das war's für heute. Okay, es spawnt immer nur einer. Also wahrscheinlich im Wald ist unsere Version. Imagine am Ende kommen wieder nur Punks auf die Ingwer jetzt. Oh, das war auch so eine Geschichte von Jules einfach... Hier, den meine ich, dass Jules dann am Ende einfach da ein 30-Minuten-Video draus gestrickt hat. Das war halt wirklich einfach nur absurd. So, das heißt, das packen wir da rein und dann theoretisch könnte man den Rest glaube ich sogar jetzt halbwegs komfortabel durchprobieren. Vielleicht machen wir das beim nächsten Besuch auf der Ingwerinsel sogar. Aber jetzt ist erstmal wichtig, dass wir das Schwert upgraden. Ja. Ja. Stimmt, wir hätten auch den Rippen gerade abgeben können. Egal. Machen wir vielleicht gleich, wenn wir raus... Okay, was war das? Ich glaube, das war noch vom Gewitter draus, ne? Dass das irgendwie jetzt geglitscht hat und wir es drinnen sehen konnten. Komm, gib mir Schlacken-Scherben. Okay. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ein Emerald, den können wir auch brauchen Das ist echt die Tauchkante, um das erstmal zur Seite So, neben der Bombe stehen, erstmal ein Käse essen Kennt man ja, ne? Ja, das ist echt die Tauchkante, um das zu verabschieden. Das war's für heute. Ich glaube, jetzt kriege ich auch langsam keine goldenen Walnüsse mehr hier raus. So, wie viele Schlacken-Scherben habe ich jetzt? 63, das genügt für meine Zwecke. 64, das genügt für meine Zwecke. Höhen Schaden, oder zumindest höhen maximalen Schaden, anscheinend steigt nicht der minimale Schaden, wenn ich das richtig sehe. Dann haben wir es ja jetzt immer noch nicht geschafft, dass wir den Hof freischalten. Aber ich glaube, wir können jetzt das eine Puzzle relativ realistisch durch Ausprobieren lösen. Das heißt, das sollten wir bei der nächsten Gelegenheit auch tun. Ich warte jetzt definitiv nicht die ganzen anderen Regentage ab. Okay, Sebastian hat wieder seine Emo-Phase. Ich mag dieses Wetter, weil es alle verschwinden lässt, verstehst du? Ja, das könnte man jetzt auch ein bisschen anders auffassen, aber okay. Äh, sorry, Bro, ich bin schon vergeben an deinen besten Freund. Wir sind schon komplett durchnässt. Wir sind schon komplett durchnässt. Oh. Es ist genug Platz für zwei... Hör auf! Da passiert nichts! Warum sind eigentlich alle acht Herz-Szenen eigentlich immer darauf gemünzt, dass die Bachelors für dich simpen? Das Feld ist mir in meinem ersten Mal gar nicht so krass aufgefallen, aber hier finde ich es im Moment sehr krass. So, pass auf. Vielleicht noch ein Fragment können wir auch hier zuordnen. Aber noch Höhenkarotten. Ja, haben wir. Das kann weg. Wir benötigen keinen Kupfer, wir benötigen keinen Eisen. Das ist Müll an diesem Punkt. So, Amethyst. Haben wir bekommen und haben wir auch schon auf dem Ding platziert. Einen Aquamarine, einen Topaz, einen Rubin und einen Emerald. Das sind die Dinge, die wir unmittelbar benötigen für das Puzzle. So, morgen hat Robin Geburtstag. Das sollte ja keine riesen Sache sein. Ich glaube, wir beauftragen sie dann auch für das Haus-Upgrade. Einfach, dass das schon mal erledigt ist. Ich bezweifle, dass ich den Keller groß füllen werde mit zusätzlichen Fässern bis auf die, mit denen wir starten, weil ich sehe noch nicht den Wert darin. Kartenkuchen. Morgen wird es nochmal auf der, nochmal regnen auf der Insel. Also, wenn wir danach das nicht gelöst kriegen, weiß ich auch nicht. Zum Beispiel, wir müssen die, äh, wir müssen die Lightning Rods leeren, weil sonst, äh, wird unsere Farm zerstört. Nachdem, die Untertitelung des ZDF, 2020 Moment. Drinken? Wir haben gar nicht das Inventar frei dafür zum Ernten. Aber warte, warte, ich sehe Ancient Fruit. Zumindest eine. Untertitelung des ZDF, 2020 So, sie macht um 9 Uhr auf. Frage ist, ist sie am Sonntag am Dresen? Es gibt ein kurzes Zeitfenster, wenn sie am Dresen vorbeiläuft, wo man mit ihr traden kann. Oh hey, sie ist tatsächlich am Dresen. So, renoviere das Haus. Eckraum hinzufügen. Südliches Zimmer hinzufügen. Ähm, what? Haus, nee, ich will Haus verbessern. 100, okay, ich habe im Kopf, glaube ich, dass das 150.000 kostet. Sollte ungefähr in drei Tagen fertig sein. Dann! Auf zur Inga-Insel. Gibt es irgendwas, was für uns gerade noch von Relevanz ist? Am 24. hat George Geburtstag. Wann ist die nächste Ernte bei... Bei unseren Cranberries. In zwei Tagen. Das dürfte dann die vorletzte sein. So, wir besuchen mal kurz... Warte, Jodie... Und das kennt... Auf, Alter, Jodie. So, Sam und Vincent. Seid ihr irgendwo hier? Vincent ist da. Okay, er ist sogar schon auf 10. Das heißt, gleich müssten wir auch die eine Szene bald haben. Wo er uns in die Geheimnisse... Der, äh... Der Frühlingszwiebeln einweiht. Können wir die Szene triggern? Nein. Ich glaube, kann sein, dass das auch nur im Frühling passieren kann. Weil es geht um Frühlingszwiebeln, also würde es Sinn ergeben. Ähm... Louis. Hayley braucht noch, äh... Ich muss sie jedes Mal nachgucken, ne? Weil dann langsam sind es ja nicht mehr viele, die, äh... Die beschenkt werden wollen. Oder beschenkt werden müssen, besser gesagt. So, Hayley mag die Kokosnuss, richtig? Weil wenn wir damit durchzunehmen können... Wo ist Hayley? Hayley ist am Stadtplatz. Wir müssen auch, wir dürfen auch, wir müssen auch aufhören, Harvey zu vergessen. Der arme Kerl, der halt nicht aus einer Klinik rauskommt. Ist mir auch noch der Fall, dass ihr auf der Klinik rauskommt? Ist mir auch noch der Fall, dass ihr auf der Klinik rauskommt? So... Evelyn... Evelyn... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, pass auf. Boom, boom. Na, boom. Na, wollte ich eigentlich nicht, aber machen wir es halt so. Die ist morgen fertig. Alles klar. Okay, selbst mit dem Rätsel reicht es leider nicht für Dings, weil wir können ja gerade bei der Gelegenheit mal den einen Dings fragen. Warte, wir kommen da oben ran. Wir haben doch gerade festgestellt, dass wir an alles, an, ähm, oder? Genau hier geht's rein. Wir kommen an jede goldene Walnuss, die wir sehen, kommen wir ran, haben wir ja gerade festgestellt. Der Weg ist nun gerne mal ein bisschen verdeckt durch die 2D-Perspektive. Und unser Charakter hier, der die Wege ja klar sehen können müsste, hält es natürlich nicht für nötig, da mal irgendwie ein paar Worte zu verlieren. Okay. Ich dachte, der gibt einem... Versteckter Schrein. Ja, den... Von dem wusste ich auch schon. Danke. So, pass auf. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass der... Der da ist. Okay. Das heißt, die Kombination ist das schon mal nicht. Ich hoffe, das war jetzt nicht exakt die gleiche. Warte, wir gehen jetzt einfach mal aus, dass das Urin unten ist. Ha! Hier sehen Sie, Spinny, wie er sich eine Blutforce-Attacke probiert und Erfolg hat. Okay, du gibst aber, glaube ich, nur einen Hinweis pro Tag. Sehe ich das richtig? Da hatte ja mal jemand ein schlechtes Passwort. Moment! Eines der vier Zeichen und dessen Position kannten wir ja schon. Das waren ja fünf mögliche Kristalle auf vier Positionen. Also, das ist schon nicht ganz ohne. Vor allem, du hast ja nur begrenzt Zeit, weil die Zeit ja im Hintergrund weiterläuft. Aber wenn du halt schon mal eine der Positionen sicher weißt, wird es natürlich schon deutlich einfacher. Okay, kein einziger, kein einziger Sömer. Oh, krass. Krass. Habe ich jetzt auch nach, weil ich zähle jetzt nicht hier die ganzen Scheißblumen. Oder, ich weiß nicht, ob der mich raten lässt. Wenn er mich raten lässt, mache ich das. Warte. Ninja Island. Quiz. Okay, das ist einfach, das ist halt einfach Wissen. So, und dann noch die Seesterne. Kann man die nicht einfach theoretisch raten? Kannst du bitte die Blumen zählen? Nein. Das hätte ich nichts Besseres zu tun. Warte, hier muss es auch irgendwo reingehen. Hier. Ah, wie kommen wir da unten hin? So, Professor Schnecke, ich hatte doch noch die Grip-Sachen hier. Okay, warte, die interessiert den gar nicht. Ich habe doch den Frosch. Den ich jetzt schon die ganze Zeit vergesse mitzunehmen. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Nein. Aber das resettet sich jedes Mal. Okay. Hier gibt es noch ein Tagebuch-Ding. So, ich denke, wir sollten als nächstes in den Hof investieren. Der nächste Schritt danach wäre das Rückkehrtotem-Ding. Mensch, das Ding ist sogar... Das Ding ist einfach riesig im Inneren. So, wir lassen das an. Kriege ich dann hier auch eine Versandsbox? Okay, wow. Das war jetzt echt lucky. Ähm, ist das nicht am Strand? Ist das nicht hier irgendwo hier unten? Was ist doch hier? Ähm, warte, Sammlungen. Nein, in der Nische. Eine Perle. Hey, die ist immerhin geliebt bei allen. Okay, die Post, äh, hier empfangen zu können, kostet auch nochmal fünf. Okay. Zum Glück weiß Willi jetzt einfach, dass wir hier übernachten können und sucht mich gar nicht erst. So, ich glaube, wie war das? Bis zu fünf kriegen wir dafür. Okay. So, und die übernehmen jetzt die Weinproduktion. Dann benutzen wir jetzt die anderen Früchte nur noch für Marmelade. Dann benutzen wir jetzt die Weinproduktion. Jetzt kommt aus der Niveau. So, ich bin sehr愿ig. So, wie ja, hier bin ich früher für mich. So, ich bin mir noch nicht erst. So, ich bin sehr gespannt. So, ich bin sehr gespannt. So, Sternfrucht. Stimmt, wir können dann später ein paar Junimo-Hit vielleicht in Auftrag geben. So, pass auf. Das könnte für... Ich habe keine Sprinkler hier hingesetzt. Das natürlich geht's nicht gut. Gut. Oh, hier passt sogar auch noch ein komplettes Ding hin. Sei es drum, dass wir es unter Umständen nicht synchron mit dem Rest haben. So, ich glaube, dann gibt es so unmittelbar, ich meine, wir können doch mal gerade den Papageien fragen, ob der uns einen Tipp gibt, aber ich glaube, unmittelbar können wir jetzt hier gerade nichts mehr tun. Pass auf, wir geben Leo wieder eine Entenfeder. Drei versteckt im Norden. Ich frage, jetzt kriegen wir die. Können wir auch hier irgendwo lang? Okay, das ist für den Island Trader. Können wir hier random einfach graben? Scheint nicht so, oder? Ah, hier ist der Tunnel. Wir haben es ja darüber geführt. Hier geht es nicht weiter. Also, ich habe das Gefühl, da unten kommen wir auch nicht, aber... wo sollen denn dann hier im Norden noch Dinger versteckt sein? Hier ist noch eine. 혹시 Z поним Кase? Also, wir können da unten kommen. Ich brauche das, aber hier denken. Also, ich glaube, das ist das Wieiße. Das ist die Fass... Wir sind da unten. Ja, hier waren wir auch schon. Ah, dann bringen wir uns mal zum Hafen. Was machen wir hier? Ja, hier kommt auch nichts interessantes mehr. Ich will das Keyboard freischalten, damit mal wieder die interessanten Quests kommen. Klar, die Klinik macht einfach schon um drei zu. Das ist typisch A. So, wir haben ja einige Lücken, wir können ja ein paar Joni-Mohäuser erstmal in die Lücken setzen. So, wir haben ja ein paar Joni-Mohäuser-Mohäuser-Mohäuser-Mohäuser-Mohäuser-Mohäuser. So, 200 Steine, 100 Fasern, 9 Sternfrüchte. So, das Ding hat eine Reichweite wie von 8 nach unten, also vom Grundriss aus. 7 nach oben, 7 nach links, 7 nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Natürlich ist genau bei diesen zwei Bäumen nicht kein Platz. So, wir besetzen da ein bisschen. Nein, ich will eins bauen. Wir können uns später immer noch verschieben. Ähm, Creative, übertreib nicht. So, und gleich setzen wir noch eins. Wir müssen sofort die zwei Bäume wegmachen. Und dann grenzt es nämlich direkt an den Baum da an. Däusper, übertreib nicht. Dementschläge, übertreib nicht, die Musikstuk, carta auf ins metabolicquin. Der Schwere, übertreib nicht gestimmt. Der Herr, übertreib nicht. Das ist also Tilburg. Der Herr-Dämpрен amberryагau. Übertreib nicht. Oh, das sind die Videos bewältbar. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Stimmt, wir können auch mal das, äh, eine Bundle abchecken, was, äh, das verlorene Bundle. Jetzt haben wir festgestellt, was brauchen wir, ich glaube, eine Ancient Fruit, aber ich glaube, goldene brauchen wir dafür, oder? War es eine Golde, die wir dafür brauchen? Auf jeden Fall brauchen wir dafür die, äh, Dino-Mayonnaise, ich erinnere mich. Deswegen haben wir mich extra in Exemplar behalten. Okay, irgendwie, ähm, bleiben sie manchmal anscheinend an einer Pflanze hängen. Und da, um, dass dann der Pf 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 So, noch vier liefern, das können wir abhaken. So, noch vier. So, Überlebensburger brauchen wir den eigentlich. Wir haben aber entschieden dafür, das weiß ich. Aber... So, was war als nächstes? Außer, dass wir zeitnah neue Sternfruchtsamen benötigen werden. Wir nehmen mal zwei Spring da mit. Wir machen mal drei draus. Komm, wir haben eine Kiste vor Ort. Ähm... Das ist okay. Morgen hat George Geburtstag. Richtig. Ich hab bis jetzt noch keinen Geburtstag vergessen. So, Carolyn ist auch noch Winter sieben. Sollten wir auch auf jeden Fall ausnutzen. Ähm, aber was, was, was soll ich jetzt noch gemacht haben? Genau, wir wollten nach dem Dings geguckt haben, nach dem, äh... Nach dem Bundle. Pferd. 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 Wenn er, äh, das Klint auch immer Kupfererz haben will, dass er nicht irgendwie später im Verlauf mal irgendwie Iridium haben will. Das wäre wenigstens immer ein bisschen ein... Nicht komplett lame. Oh, 5 Uhr alte Früchte. Wein, aber in silberner Qualität. Das heißt, das muss man hochagen. Schattenlachs. Standort der Hexensumpf. Müssen wir also eh noch fangen. Und Kaviar. Brauchen wir also eh. Also der Wein sollte kein Thema sein. Schattenlachs auch nicht. Kaviar. Dafür brauchen wir Sturgeon Row. Dafür brauchen wir den Fischpond. Sturgeon kriegen wir aber im Sommer und im Winter in dem... Okay, okay, okay. Dann brauchen wir nur gerade einen... Okay. Winter, aber wir müssen Regen künstlich herbeiführen. Pass auf. Fischpond. Was brauchen wir dafür? 200 Steine, 5 Seegras und 5 grüne Algen. Lass mich raten. Das sind wahrscheinlich jetzt genau die Sachen, die ich nicht zu Hause rumliegen habe. Das sind wahrscheinlich jetzt genau die Sachen, die ich nicht zu Hause rumliegen habe. Also pass auf, ich glaube, ich habe die Sachen im Kühlschrank gehabt, oder? Wir können es eh nicht bauen, weil... Okay, wir haben genug von dem Zeug, weil Robin gerade gar nicht da ist. Sie ist ja hier. Aber wir können vielleicht in der Zwischenzeit Steine holen. Weil Steine sind sündhaft teuer. Ah. So, ich habe ein paar Sachen gehört, wie man die, äh, wie man Stein farmen soll. Unter anderem halt mit, äh, hier mit den großen Dingern in den ersten Ebenen. Ich meine, gut, den Steine sind bei aktuellen Preisen 1000 Gold, also, ja, I get it. Und Monster Meat können wir bei der Gelegenheit auch farmen. Aber hier mit, hier mit den, äh, mit Explosivsachen rumlaufen, fände ich jetzt zum Beispiel nicht so sinnvoll, außer jetzt bei so einer Konstellation hier. Einfach, weil das Feuer ist. Und dann kannst du, finde ich, auch gleich Steine kaufen. Ja, gut, Napalmring hilft jetzt natürlich auch. Und da bekommen wir auch direkt schon wieder die Algen, wo ich vorhin noch sagte, ich bin mir nicht sicher, ob ich, äh, die habe. Ja, gut, Napalmring. Ja, wir sind schon mal, wir haben alles, was wir benötigen. Ja, weine theucht. Ja, wir sind schon mal, wir sind wir über noch ins Wasser rein. Whenever... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Aber wenn ich da schon Zugang hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht das Problem, dass ich Steine benötige. Muss ich eine neue Chatregel einführen? Die Amtsschriftart des Chats ist Areal oder so? Die Amtsschriftart des Chats. 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 So, wieder 37.000 Reiche. Gebackener Fisch. Warte, wer mag das nochmal? Niemand. Also, gemocht wird, ist aber nicht geliebt. Okay, pass auf, wir müssen den Wein. Das Oberste behalten lassen wir frei für Wein. Ein Tag, eine Stunde. Oh, no. Oh, no. Oh, no. So, mal gucken, wann bei George ist es bei George losgezogen. Am letzten Tag müssen wir hier sein. Am letzten Tag müssen wir hier sein, um uns zu ernten. Aber ansonsten sind wir relativ flexibel. Warte, wir ernten vielleicht noch gerade die, äh, die, äh, die, das Gewächsterhaus. Warte, wir müssen uns zu ernten, um uns zu ernten. So, die sind allesamt nicht golden. Warte, wir müssen uns zu ernten. Ja. Ah, Symentar ist voll. Wie könnte es auch anders sein? Hayley. Okay, Hayley braucht nur noch eine einzige Kuchel. Fokusslos, wenn ich das... Genau. So, dann hier. Sieben uralte Samen. So, dann gehen wir einmal zu George, dann zu Robin. Und dann können wir auf die Insel gehen. Und damit die Kunst des Angelns nicht in Vergessenheit gerät. Bra. Sieht schick aus. Also die Frisur ist nicht dein Problem. So, die Perle ist ein universelles Geschenk. So, Eveline. Für dich habe ich noch einen Diamanten. Dann ab zu Robin. 59 Holz und 500.000 Gold. Hofgebäude errichten. Fischteich. Das ganze Zeug hier sollte wir bei der Gelegenheit mal ernten. Denkt mit dran, dass wir das am letzten Tag tun. So, ich bin ganz schön fahrt unterwegs. Geht sehr gut. Pferd plus dreifacher Espresso. Nicht nervt hier diese ganze Crap-Pot-Geschichte da gerade total ab. So. Vergiss die Katze. Wait, hier gibt es noch. Spiel, gibt es jetzt noch? Okay. Netzt, dass es wenigstens hier noch eine goldene Walnuss gehört. Ja, 20 für das Kack-Resort. Nee, danke. Gibt es hier irgendwas Neues? Inwiefern? Ja, dauert das in 8 Tagen. Okay, also nicht mehr in diesem Stream. Pass auf, wir machen es so. Ist, glaube ich, angenehmer. Neue Inhalte. Das ist halt Version 1.5. Also, die habe ich halt noch nicht selbst gespielt. Das war ja der Grund, warum ich jetzt vor über einem Jahr diesen Run überhaupt angefangen habe. Ähm, was habe ich denn hier gemacht? Achso, ich dachte, doch ist richtig. Ich dachte schon, hä? Ich dachte schon, ich hätte hier irgendwie eine Reihe vergessen. Aber war gar nicht so. So, die Frage ist, gibt es im Moment, ob der Insel irgendwas, was ich Sinnvolles tun kann? Nee, vor drei Jahren ist nichts gekommen. Ich meine, 1.6 steht zwar noch aus, aber das wird wohl... Das soll ja auch nicht die Riesensachen bringen. Außer der Iridium-Sense. Ich finde es einfach klasse, wie Eric Barone halt wirklich nur twittern muss. Iridium-Sense. Twitter-Rasse total aus. Alle Gaming-Magazine berichten darüber. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Ich könnte es nichts und ich würde, wenn du mit mir schieben. Ich komme, weil wir die Internet ja auch 시�ídeln kannst. Oh! Ich hab die Riesensache disbe, wie Lawrence malмуh President. Ich hast ihn die Riesensache, die gibt klang, te occasionalen Situation. Tle Nations wird simpler bis zuzählen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da ist die Simon Says Höhle Untertitelung des ZDF, 2020 Mein Fidget Spinner ist runtergefallen Kannst du bitte herkommen und den für mich aufheben? What? Hallo, tauch auf, danke schön Ich hab schon wieder den Frosch vergessen Ich hab grad keine Lust drauf Wie kommst du darauf, dass ich Lust habe? Hätte ja sein können Mh-hmm Ich hab schon wieder Wow, einfach kein Drop. Das ist auch ein exotischer Fetisch. Waffenverzauberung, sehr schön, da muss ich nicht in mein Wiki gucken. Gute Nacht Mori, danke fürs dabei sein. Oh hey, eine goldene Walnuss und... Das ist einfach der Ring für die Kaffeesucht. The fuck? Das ist einfach der Ring für die Kaffee. Das ist einfach der Ring für die Kaffee. Ich hoffe, dass es so funktioniert, wie du es beschreibst, weil alles andere wäre sehr... Sehr, äh... Zerstörend. Das ist einfach der Ring für die Kaffee. So, pass auf, wir brauchen einmal das Zurückkehrtboot. So, wir nehmen jetzt diesen Frosch mit. Hier, mumifizierter Frosch. Hier, das ist einfach der Ring für die Kaffee. Ich bin ein Schmerz. Ich bin ein Schmerz. Ja, ich bin einmüller Schmerz. Ich bin ein Schmerz. Das wäre sehr verstörend. Pass auf wir brauchen nur 11 Blutgruppe Kaffee Mh-mh Warte, was hieß es? Stimmt, die Geisternacht ist bald. Also der Stream wird gar nicht so lang. So, würziger Aal. Wein. So, wait. Den packen wir. In die... In das Fass. Wie jetzt der Stream wird nicht so lang. Was soll denn das? Ja. Crazy, ich weiß. Aber wir kriegen das ja. Ja, wir kriegen hier gerade diese zwei Wochen ziemlich gut durch. Ich bin drauf. ... Dass ich jetzt nicht so lang. Ja. Und... Okay. Wird zwei Nachts nicht mit dem Stream aufgehört? Doch. Hier ist klar, dass ich dann nach mindestens noch mal eine Stunde wach bin, bis OBS, das, äh, die Aufnahme umkonvertiert hat in MP4, damit ich jetzt eine Adobe Premiere ziehen kann und ich dann den, äh, den Render-Vorgang initiieren kann, damit das über Nacht durchläuft. So, Zeit für Sternfruchtwein. Untertitelung des ZDF, 2020 So, sechste... Okay, das erleben wir in diesem Stream auch schon gar nicht mehr. So, das dürfte heute Nacht gut Cash geben. So, das ist doch schon gar nicht mehr. Aber ja, das hier ist geschlüpft. Ach, das wächst auch noch nach. Ja, cool. Ananas? Und niemand liebt Ananas. Das finde ich erstaunlich. So, pass auf. Wir können noch ein paar Preserve-Jars machen. So, noch sieben mehr. Okay, zwei müssen wir danach noch craften. Wenn ich das jetzt richtig zähle. Ich bin so dämlich. Ich habe die Dinger vorhin gar nicht gefüllt. Warum sagt denn niemand was? Boah, das beißt uns doch am letzten Tag gleich sowas von in den Arsch. So, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, wir könnten vielleicht noch mal Iridium irgendwann brauchen. So, woran scheitert es gerade mit den Einmachgefäßen? Stein. Stein. Erstaunlich, okay, Holz haben wir tatsächlich geschafft, einen kleinen Überschuss aufzubauen. So, wie hier? Untertitelung des ZDF, 2020 Pass auf, wie viel brauchen wir für zwei Einmachgefäße? 80 Er sollte ja in einer Runde machbar sein Warum bin ich eigentlich überrascht, dass es ein Ananas-of-Pizza-Emoji gibt? Ach stimmt, Kohle ist ja auch so ein Ding Ähm, ich dachte, ach stimmt, ja, sie greifen mich ja noch an, sie machen nur kein Damage so rum Wahrscheinlich, weil das einfacher zu programmieren war, als dass sich das komplette Verhalten von den Slimes ändert Sollte Oh 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 So, wir haben unseren Stein, das heißt, wir farmen noch gerade ein bisschen Kohle. Wie war das? 70? Ich glaube, das hier war das Papyrus-Level, aber gut. Ich glaube, wir brauchen eine Mod, das auf den Leveln, wo Skelette rumlaufen, immer Bone Trousel spielt. Ganz ehrlich, diese Skelette geben mir schon Papyrus-Vibes irgendwie. Ne, wir sind zu tief unten. Ich glaube, bei 60 oder so waren die Staubgeister. Ich glaube, wir haben die Staubgeister. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist aber auch ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Vor allem, jetzt kriege ich einfach keinen einzigen Staubgeist hier gefüllt. Was ist los? Ich brauche Kohle. Creative, ich habe das Gefühl, Star Trek Generations könnte dir gefallen. Star Trek hat ja normalerweise den Käpt'n auf der Brücke. Star Trek Generations hat eine Brücke auf dem Käpt'n. Das klingt gut. Es ist tatsächlich einer der schwächeren Star Trek Filme, definitiv. Star Trek Generations hat eine Brücke. So, wir haben genug Kohle. Noch gerade in den Star Drop Saloon. Okay, jetzt sind wir einfach random hier. Ich habe kein Interesse an irgendjemandem von dem. Ich habe ja jetzt gerade Sam noch den Blumenstrauß geschenkt. Okay, er kommt jetzt einfach aus dem Nichts hinter dem Baum hervor. Mit dem Abendessen. Bruh, es ist nach 10. Wann esst ihr zu Abend? Ja, das Schwert lassen wir einfach mal da liegen. Und die Laterne. Oh, sind wir jetzt ins Gebüsch gegangen? Mhm. 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 So, warte. Wo ist die Kaffeesucht? Komm, heute regnet es eh Geld. Was ist da gerade im Gebüsch passiert? Hat sie doch gesagt, ihre Haare sind hängen geblieben. Gute Nacht dir, Austria. Danke fürs Zerware. Danke fürs Zerware. Ja. So, dann ist das nämlich jetzt auch ruhig. So, dann ist das nämlich jetzt auch ruhig. So, ich muss jetzt mal, ich hab grad einen Mückenstich an der Hand. Den muss ich jetzt mal gerade während der Tag rüber wechselt einsprühen. Kleiner Geheimtipp, wenn man Mückenstich hat, Desinfektionsspray. So, wer sieht, eine goldene Sternfrucht gibt schon einfach über 1000 Gold. Der Wein dürfte nochmal eine Spur besser sein. Also ich glaube, wir haben gerade Sternfruchtwein im Wert von über 100.000 auf jeden Fall angesetzt. Man sieht ja hier im Vergleich Preise der Beere. Oh, ich weiß nicht. Du meinst jetzt mich noch hier schmieren zu müssten? So. Kaffeebohnen, da gibt es sich wirklich was zum Öl zu tun. Rhabarber, können wir mal gerade, ja, können wir das ernten. Ernsthaft, ich hab die Taro Wurzeln. Ich brauche vier Taro Wurzeln zum Kochen. Und eine zum Verschiffen. Wie viele habe ich gesät? Vier. Nicht fünf, vier. Wie lange brauchen die? Zehn Tage. Wie lange brauchen die. Wurzeln. Wie lange brauchen die Barsche. Wurzeln shipt. Wurzeln. Fynnheim. Wurzeln. Fynnheim. Wurzeln. Wurzeln. So, was haben wir hier? 15 müssen wir liefern. Und wir brauchen für den Ravarberkuchen einen. Wow, die 15 können wir direkt die nehmen. Und dann haben wir 10 übrig. So, ein bisschen Platz haben wir dann noch. So, wir sollten vielleicht nochmal gerade den einen Slot blocken. Aber ansonsten sehe ich nichts, was mich daran hindern würde, auf die Inga-Insel zu gehen. Das wird eigentlich der letzte Tag sein, wenn wir das Geisterfest nicht verpassen wollen. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Eins können wir ihm noch geben. Das sollten wir auch tun. Hey, die ist jetzt auf 8, oder? So, jetzt ist nämlich das auch erledigt. Dann ist wieder ein Slot frei. Dann ist dead. Das braucht uns beim nächsten Mal. Ichher. So, ich setze mich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Das ist ja wie bei Dark Souls. Die Pilze leben einfach. Damit sind diese Pilze aber auch nicht mehr vegan. Die Pilze leben einfach. Die Pilze leben einfach. Was Interessantes von ihm? Schlackensterbe, 100. Ich meine, die wären auf jeden Fall ein Upgrade, ja. Das ist ja die Pilze. Das war's für heute. Jetzt halte ich für ein Gerücht, dass die Wahnvorstellungen dann synchron sind, weil nichtsdestotrotz jeder Mensch Dinge anders verarbeitet. Ja klar, verbrenn doch einfach. Pigmen, Ultrakill, Moria, also Pigmen habe ich nicht gesehen, aber Ultrakill habe ich erkannt, obwohl ich es noch nicht gespielt habe, aber ich habe das mit der Münze da, das habe ich schon gesehen. Ja klar, verbrenn doch nicht. Mensch, noch wieder ein Raid von Patrick. Ziel in der Ente, hallo? Park zurück. Aber ich verstehe gerade leider echt nicht mehr, wo ich jetzt noch... Okay. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wo ich noch goldene Walnüsse finden soll, aber es gibt anscheinend doch noch gelegentlich welche hier. Wow. Krass. Geh mir die Schlacken, Scherbe. Komm her. Ich dachte für einen Moment, er wäre da oben stuck. Und dann sind wir hier oben. So, wir haben jetzt 92 Schlacken, Scherbe. Aber dann will ich die eigentlich jetzt nicht benutzen. Weil wenn wir für 100 die Rüstung kriegen, oder die Schuhe, dann sollten wir die nochmal ein bisschen sparen, ne? Ah, da weiß ich wirklich nicht mehr, wo ich hier noch... Also hier sollen ja eigentlich noch zwei sein. Outer Wilds-Anspielung ist schwierig zu finden, weil ich nicht spoilern will. Ja, glaube ich. Hier geht es rein, aber ich glaube, das ist nur von dem Ausgang hier. Hey, Omnigioden, einfach auf einmal. Aber, Moment, wir können den Frosch noch abgeben. Okay. Man könnte fast meinen, die Insel spammt einen ein bisschen voll mit Gioden und den Artefakt-Dingern. Damit man die Sachen halt noch relativ schnell durchkriegt. Wow, eine goldene Walnuss. Schlangenwirbelsäule ist, glaube ich, auch so ein Ding. Das Ding ist berüchtigt. Also ich weiß, dass Wand of Sparking da immer Probleme hat mit seinen Challenge-Runs. Das ist eines der letzten Dinge, die er findet. Also hier ist der längste Film aller Zeiten. Ein Monat geht und der Trailer dazu 72 Minuten. What? Ist das für real? Ah, habe ich die nicht vorhin gerade? hier reingepackt. Ich glaube, ich werde mich reinlesen müssen in die ganze goldene Walnuss-Geschichte, weil ich beim Besten will nicht weiß, wo ich da noch weitermachen kann. Wir können auf jeden Fall noch in der Mine angeln. So, auf Level 100, da war ja noch, äh... Da gab es ja noch was. Sechs Prozent, okay. Boah, weh, das ist wieder so ein Fisch, der, äh... Der die absurden Patterns hat. Der ist jetzt einfach 95% Chance Müll. Und vor allem der Müll schluckt unsere tollen Köder. Aber das ist jetzt einfach nur ein Fisch zu werden, wie ich da war. Ich bin ein Mann, der ja noch... Da bist du halt... Ich bin ein Mann, der ja noch was, wenn ich da war. Ich bin ein Mann, der ich da war. Ich bin ein Mann, der was auf- Ich bin ein Mann, der ist über ein Fisch. Nein, ich bin ein Mann, der ich... Warum es nicht so aussieht? Nein, das ist rotes Wasser, würde ich mal behaupten. Weil Lava haben wir schon gesehen, wie das aussieht. Ich glaube, das Wasser ist einfach nur durch Lichteinflüsse rot gefärbt. Beziehungsweise wahrscheinlich auch noch durch Mineralienablagerung oder so. Das ist das Blut, alter Gegner, die du in Fliege töten hast. Das wäre gut, aber da muss dieser See auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer werden. Blut für den Blutgott. Okay, die Patterns sind aber okay. Ich meine, wir haben jetzt auch gerade das Ding, dass der langsam entkommt, aber das war jetzt machbar. Lavaaal. Okay, es ist doch Lava. Krass. So, das passt ja, dass wir dann direkt auch noch zu Clint gehen können. Die heutige Veranstaltung wurde gerade vorbereitet. Okay, wir können also nicht zu Clint gehen. Nein, ich will verdammt nochmal in die... Also, muss halt die Stelle. Verstorischer Rückenwirbel. Das ist ein Artefakt, das ist kein Dings. Das ist halt auch so ein Ding. Also, die Knochenfunde, die wir fürs normale Museum haben, wirken zum Teil sehr ähnlich wie die, die wir von Ginger Island kriegen. Das ist halt auch so ein Ding. Das Ding, wir können jetzt auch nicht rumlaufen und Großleute beschenken. Also, außer halt, ähm, außer halt dem Zauberer. Falls der zu Hause ist, weil der hängt ja auch irgendwo rum. In der, äh, in der, äh, bei den Festen. Oft an Orten, die du normalerweise gar nicht erreichen kannst. Und hat dann sogar Hidden Dialog, wenn du dich da hinglitschst. So, hier haben wir noch nichts dran. Und da, äh, bei den Festen. Und da, äh, bei den Festen. Äh, jetzt, jetzt hat auf einmal noch Hayley, äh, jetzt fängt sie auch noch an für mich zu simpen. Die Kühe sind so niedlich. Du hast noch nie die Kühe hier gesehen, die Marnie einfach schon die ganze Zeit hat. Wie nähert man sich einer Kuh? Girl. Es ist eine Kuh. Vor allem sehen die Kühe jetzt auf einmal total anders aus. Sie nähern sich normalerweise dir von selbst. Wenn man sich in der Kuh nähert, am besten gar nicht. Ja gut, ich sag mal so, Fluchttiere, wenn die Angst kriegen, dann, äh, setzen die halt auch Kraft frei. Das ist schon nicht ungefährlich. Und Kühe können auch stur sein. So, 189 Punkte, also dauert das auch nicht mehr lange. Ah, warte, Reactro, wir haben es doch vorhin nachgeschaut. Casino, Spirits Eve. Wobei, das Ding müsste ich haben. Flowerdance, ich glaub, das Teil fehlt mir. So, jetzt eigentlich muss ich nur Zeit verstreichen lassen. Wir können nochmal kurz gucken, ob es irgendwas gibt, was wir machen können. Wir kommen auch nicht zum Strand, ne, weil das Fest vorbereitet wird. Das heißt, wir können auch nicht in ein paar Crab Pots noch investieren. So, Shane ist raus und wir kommen ihm nicht hinterher. Weil, das Festival wird gerade vorbereitet, deswegen dürfen alle anderen NPCs da hinlaufen. Aber wir, wir dürfen nicht. Das ist wahrscheinlich dann der Ort, wo die NPCs, äh, planen, gegen die User zu rebellieren. So, was wollte ich jetzt stattdessen machen? Ich wollte, ich wollte, äh, Baitcraften. Äh, was brauchen wir noch dafür? Okay, habe ich Schleimkasern. So, aber wirklich viel mehr können wir nicht tun, ne? Wir können hier, wir können doch gerade ernten. So, ich habe gerade hier, man. Okay, auf einfach wo's. Um, w Oh! So, ich habe hier ein ganz Oma. So, ich habe hier, wir dich auch hier. So, und wir können hier dann ein OttawaARPen? Kommt bitte oder Access Orte-Dom- shown. So, bitte, gerne? Könnten wir fast sogar die Ruhe genießen. Die Ruhe genießen die Ruhe genießen. Und wir machen mal noch ein bisschen Käse. Die Ruhe genießen die Ruhe genießen. Was wir noch tun könnten, ist hier ein bisschen aufräumen mit Weg und so. Was wir noch tun können, ist hier ein bisschen aufräumen. Was wir noch tun können, ist hier ein bisschen aufräumen. Was wir noch tun, ist hier ein bisschen aufräumen. Moment, der Baum hier gehört nicht hin. Ich sollte vielleicht auch nicht versuchen, ihn mit einer Hacke zu fällen. Was wir noch tun, ist hier ein bisschen aufräumen. So, kann jetzt langsam mal der Abend kommen? Okay. 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 Komm schon. So, wir sitzen sie schon, aber wir kaufen sie nochmal. Und wir machen sich so viel Arbeit für eine Nacht und am nächsten Tag ist einfach alles weg. Pünktlich um 6 Uhr kann ich hier hingehen und es ist alles vorbei. Juhu, noch ein goldener Kürbis. Stimmt, die goldenen, die Weintrauben, nicht die goldenen, die normalen Weintrauben kann ich ja jetzt auch verticken, brauchen wir ja nicht mehr. Vincent ist doch auf 10, ne? Ja. 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 Wusstet ihr, dass man seinen Skill darin ist, wie viele Erdbeeren hat? True! Geister sind heute sehr glücklich. Strauß fahren, Risotto. Warte. Ist das Zeug nicht geliebt von... ...von Clint und von Kent? Knoblauch brauchen wir. Wir brauchen so viel unwichtigen Shit. Den man da nur wieviel zwei Sachen braucht. Die Zinsachden. Der Geraden wird diesen Anklagen. Der Geraden hat sich sehr langsamer. Die Veränderungen verändern, wenn ich verleten kann. Die Zinsachden. Die Zinsachden. Die Veränderungen werden auch diskussiert. Ich mache so viel unwichtig. Ich mache so viel unwichtigen Chor. Die Veränderungen ein paar Mal bewegen. Dengan damit zu dem, was ich verletzen kann. Die Veränderungen an alle anderen Seite eines Paakinders. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir haben jetzt noch knapp 2000 von denen übrig. Das sollte genügen. Da haben wir noch oberhalte Früchte. Das ist sehr gut. So, sind davon welche golden? Eine. So, wie viel kriegen wir raus? 15 Uhr alte Samen. Das heißt, die merken wir uns mal. So, und da haben die Junimos einfach schon wieder ihren Job vergessen anscheinend. Hier, also ich weiß nicht, was er mit der Pflanze tut, aber die Pflanze scheint nicht glücklich darüber. Okay, so ataque mirents. Also, das hört man. So, schon mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh Mensch, was mache ich denn nur im Winter, wenn ich hier nichts ernten kann? Also außer mich auf die Insel begeben. Also außer mich auf die Insel begeben. Also außer mich auf die Insel begeben. So, du wirst nicht geerntet. Oh, ich glaube, die sind sogar schon geerntet. Genau, hier ist Mais. Nice. Die Dinger haben ja auch alle ihr eigenes Inventar. Ich kann es einfach da drin lassen. Ähm. Hä? Okay. Okay. Ich bin jetzt bescheuert. Hatte ich hier nicht noch ein Junimo-Ding geplatziert? Da, wo der Baum war. Doch, hier. Boah. Ich... Das ist irritierend, dass das auch so ein Blätterdach hat. Was haben die sich nur dabei gedacht? Wir müssen zu Clint. Äh. Wir müssen zu Clint. Wusstet ihr, dass die Mona Lisa keine Augenbrauen hat? Also... Ja. Stimmt. Uh. Ist das nicht, glaube ich, sogar das eine Artefakt, was uns noch fehlt? Nee. Es sind ein paar mehr, die uns noch fehlen, leider. Entschuldige, was? Entschuldige, was? Entschuldige, was? Ja, das Spiel war schon lustig. Warte, war Tiger-Auge? Tiger-Auge! Wir haben das Tiger-Auge! Das letzte Mineral, was wir brauchten, glaube ich. Magischer Bonbon! Damit müssten jetzt... Jo! Alle Minerale! Wir müssen keine Omnigioden mehr behalten. Die Begegnung war rückwirkend betrachtet lustig. Ich mag immer noch den Clip, der daraus entstanden ist. Die Situation erinnert mich halt irgendwie so an den Typen aus der Sesamstraße. Und dann... Okay. 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 Wer aus der Deutschen überhaupt einen Namen hat, im Englischen heißt es, glaube ich, Shifty oder Lefty. Ich kenne das nicht, ich bin ja nicht so ein alter Sack wie du. Aber die Sendung mit der Maus hast du gefälligst noch zu kennen. Okay, Heu ist gleich voll, was gut ist, als wenn der Winter einbricht, anbricht. Okay, Heu ist gleich voll, was gut ist, als wenn der Winter einbricht. Ja gut, ich habe die Sendung mit der Maus auch nicht so lange regelmäßig geguckt, das muss ich auch sehr sagen, aber man kennt es. Okay, Heu ist gleich voll, was gut ist, als wenn der Winter einbricht. Okay, Heu ist gleich voll, was gut ist, als wenn der Winter einbricht. Okay, Heu ist gleich voll, was gut ist, als wenn der Winter einbricht. Mitbekommen habe ich sie tatsächlich schon noch, weil sie noch wiederholt wurde, aber ich meine, die ist ja auch uralt. Also in Erinnerung geblieben ist mir halt vor allem deren Adaption von Jim Knopp. Den Rest, den die gemacht haben, habe ich komplett vergessen. Das war's für heute. Oh Ich habe irgendwann aus dem eis hat haben sie auch gemacht Königale sagt mir nicht mehr Ich glaube es gab noch irgendwie eine Story mit einem Roboter Aber das kriege ich nicht mehr zusammen Das war auf jeden Fall nicht RobiTobi und das VivaTüt Weil das Das war eine eigene Produktion So Hier ist jetzt nicht mehr wirklich was zu tun Das heißt wir beenden den Tag hier Der Herbst ist vorbei Durch Aus Ach du Scheiße Ja Gut wir haben den Großteil der Peiselbeeren ja nicht verkauft Sondern benutzen den jetzt für Gelee Aber ansonsten liegt unsere Zukunft im Sternenfruchtwein Das müssen wir dann in den nächsten Streams richtig durchkriegen Ich danke fürs dabei sein Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Bis dahin Toch 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 Toch